Aber etwas ganz Besonderes war für mich und bleibt eine meiner schönsten Erinnerungen. Das war die Eröffnung von Lizeo nach dem Brand im letztes Jahr des vorigen Jahrhunderts mit Ruhig, natürlich große Aufregung, aber die ganze Atmosphäre, Chor, Orchester, Publikum, die ganze wunderschöne Neuerbau des Lizeo hat mir das alles weggenommen und ich kann wirklich mit Freude und Stolz sagen, ich erinnere mich mit besonderer Freude an dieses Ereignis. Für mich das bleibt ein Ereignis und ich glaube Lizeo bleibt auch in heutigen Tagen etwas besonders wichtig für die neuen Generationen von Sänger, Dirigenten, Instrumentalisten, Regisseure und so weiter, weil hier herrscht die Kunst und das muss weitergehen für die neuen Generationen. Ausp CO nylon Ausp CO Untertitelung des ZDF, 2020